In der ausverkauften Exerzierhalle ging das Stück Body Turn in Zusammenarbeit mit dem Oldenburgischen Staatstheater über die Bühne. 13 junge Frauen und Männer des Schwerpunktfachs Tanz des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Oldenburg zeigten an zwei Abenden ihre Arbeitsergebnisse. Die Choreografie unter der Leitung von Katharina Groß ist ehrlich und deshalb bewegend. Die 13 jungen Leute sind witzig und unbeschwert, scheinen endlos Zeit zu haben, tanzen Walzer mit einem Plüschwalross oder mal trittieren ein Schlagzeug, bis den Zuschauern die Ohren wegfliegen. Body Turn transportiert in einer Stunde so viel Leben und Energie, dass das junge Publikum davon ein bisschen mit nach Hause nehmen darf.